Speak softly and carry a big stick. Macht ihr gerade Innenarchitektur-Besichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten beim Auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Ich hab noch drei Packs, die ich noch auspacken muss. Die Freude hat man so selten. Macht ihr gerade Innenarchitektur-Besichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten beim Auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Ich hab noch drei Packs, die ich noch auspacken muss. Ich hab noch drei Packs, die ich noch auspacken muss. Ja. Yeah. Eh 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 eh. Die Freude hat man so selten. Ich habe noch drei Packs, die ich noch auspacken muss. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten beim auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Ich hab noch 3 Packs die ich noch auspacken muss. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten beim auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Ich hab noch 3 Packs die ich noch auspacken muss. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten beim auspacken? Ja. Ja. Die Freude hat man so selten. Ich hab noch 3 Packs die ich noch auspacken muss. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten beim auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ja. Macht ihr gerade weniger. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ja. 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 Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten am auspacken? Ja, die Freude hat man so selten. Ich habe noch 3 Packs die ich noch auspacken muss. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten am auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Ich habe noch 3 Packs die ich noch auspacken muss. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten am auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Ich habe noch 3 Packs die ich noch auspacken muss. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten am auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Macht ihr gerade Innenarchitekturbesichtigung oder wie? Ist das alle deine Zigaretten am auspacken? Ja. Die Freude hat man so selten. Ich habe noch 3 Packs die ich noch auspacken muss. Ich habe noch 2, 7 Packs. Untertitelung des ZDF, 2020